So Leute, Willkommen zurück zum nächsten Part von World of Warcraft. Ich komme jetzt zum zehnten Boss, den eisernen Quorn. Oh, da gibt es auch schon einen Gesundheitsstein, voll Inhalt. Die Hälfte hat es natürlich nicht bekommen. Kräftig Action hier. Muss man noch eine Toste drücken, weil wir nehmen, ob es eh gleich das Recht sind. Ich kann schon wieder kaum was sehen, weil ich so weit weg sitze. Nein, Vorsicht. Genau, rennen wir vor. Muss ich das hier blenden, ja. Äh, nicht blenden. Ablenken. Ach Gott, wiegt mein Auge, Alter. Scheiße, Mann. Ausgerechnet in der Aufnahme passieren. Wenn ich hier keine Zeit habe. Oh, ein dicker Mob. Da gehen wir mal Fokus drauf. Ach, Scheiße, jetzt ist es abgelaufen, ey. Na komm, sorgt es hier an. Äh, hier laufen so ein paar größere Mobs rum. Jetzt kommt der ein kleiner. Übrigens muss ich das mal mit diesem Scheiß Bluten endlich hinbekommen, dass ich das auch dauernd oben hab, ey. Da macht man viel mehr Damage. Ich dümpel hier mal rum, ey. Ich dümpel hier mal rum, ey. Total unaufmerksam. So, bisschen Luft auf dem Scheiß hier. So, mach mal mit dem Dolchfächer. Und mach mal ein bisschen mehr DPS. Dann machen wir wieder Bob-Ob. Bis zum Boss ist nicht weit, Leute. Wir können das mal kurz sehen. Dann muss man hier, ne, hier, da kommen wir her. So. Jetzt noch nach links. Ja, jetzt können wir die Bobse rüberziehen. Dann würde man hier, zack. So, jetzt hab ich die Kummerpunkte auf dem drauf. Nochmal mit blutrotem Sturm noch. So. Wie der Munk abgeht, äh, kann man den als tanken? Nein, das sind die Dealer. Tanks sind Druide und Trudefretter. So, jetzt haben wir noch die zwei Mobgruppen da und das Schnippus hier. So, nochmal immer schön hier. Ja, da bin ich schon da. Blutung drauf, auf den Scheiß. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen, ne? Dann mache ich zu wenig Schaden, ne? Was soll ich eigentlich das machen? Aber jetzt sind die Mopsie auseinander. So, ich das unten, ja. Uuuuh, der tankt, der rutscht gleich voll in die G, ey. So, jetzt sind die down. Scheiße, ey. Wofür mal ist, ist doch der Tank da oben im Schaden, ey. Jetzt sind wir voll abartig, wie die Schaden machen, die Dekars besonders, ey. Die Munk sind aber auch nicht besser, die machen auch ganz schön Schaden. Brutal sind natürlich auch die Doudos, die sind auch ziemlich übel. Eigentlich sehe ich das Ding wieder. Mit meinem Paule mache ich hoch, ohne nicht der Mensch. Ja, dann erster und letzter Fehler. Naja, okay, ob es der letzte sein wird. Wo legt es gerade? Ne, der eine hat hier nur blöd so gelegt. Ja, meine Latenz ist gerade wieder wegen hoch. Der Doudou, der Bärtyp. Na, schau mir, den wollte ich, dass der erwischt. Das kommt davon, wenn man den verstohlen hat, auf einer anderen Taste hat. Der geht hier voll in der Röhre ab, ey. So. Aber man muss jetzt mal auf den draufschlagen, sonst kann ich mir einen Kumpelpunkt aufbauen. Ich würde hier so rum, ey. So, wie geht das oben? Nein, kommen wir gleich mal an hier, zack. Mal schön weiter durchfächern hier. Bisschen komisch rumbewegen. Ist immer gut. So, Vorwurfschaden jetzt wieder. Der anderen sind freck. Ja, jetzt macht er hier den Scheiß. Jetzt häxeln sie noch ab, aber gleich nicht mehr. So, jetzt kommen wir gleich in die... Oh, dass die mal wegrennen, ey. Irgendwann egal. Klicken wir das mal weg hier. Vielleicht gewinnen wir ja mal irgendwas. Ja, der Bus ist eigentlich ziemlich einfach. Der ist eigentlich locker first try. Ah, komm nicht viel näher ran. Mein Shadow Step ist gerade... Kein großer Verlust. Im Cooldown. Ist blöd, ne? Ich hab hier... Hier hab ich's auf der anderen Taste und... Das Ablenken auf... Neun. Hm. Naja. Uh, da ist sogar ein Hexer von meinem Server hier. Von de facto. Da geht's los. Oh, jetzt hab ich Dolchfächer vergessen. Na, egal. Wursch, da geht der Kampfrausch los. Da wird voll aufgeknört hier. Na, komm. Zack, 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 zack. Keine Müdigkeit verschützen, ne? Boah, wie der Ele auch, ey. Scheiße, ey. Was ist das ein Ele? Stimmt. Na, kommt Luton drauf. Ich hoffe, das gefällt euch auch, was ich euch hier so zeige. Was ich so oft in meiner Freizeit tue. So. Jetzt sind noch 10 Sekunden. Das geht sich manchmal gar nicht so wirklich aus mit der Blutung. Aber in dem Kampf muss man eigentlich auch nur Stimpfung schieben. Was für ein Töger ist, ich mache hier. Ah, Vorsicht, da dürfen wir nicht durchlaufen durch den Scheiß. Da kriegt man so einen D-Loth. Und der stakt. Und dann kriegt man irgendwie so einen Kack. Also gerade Tötung aktiv. Immer schon Tötung-Spam. So, jetzt vergiften. Jetzt wieder Tötung. Jetzt macht er wieder so einen Speer. Das ist dann bei jedem Mob ein wenig anders. Scheiß, jetzt stehe ich da so mittendrin. Wie mischt mich das jetzt nicht? Alter, Junge. So, jetzt springt er ab. Auch in der Sinne. Jetzt springt er auf den nächsten auf. Da macht man jetzt die gleiche Schoße. Oh, hab ich das falsch gemacht. Hab ich für Häxeln gedrückt. Komm, ich mach mich auf Blutung jetzt drauf. Dass das oben ist. Ja, Todenkopf drauf, ne? Dass die Leute auch wissen, wo es lang geht. So, jetzt mach mal eine Blutung nochmal neu drauf. Jetzt aktiviere ich mir meine Vendetta nochmal. Das kann dann alle zwei Minuten sein. Die Schattenklinge hebe ich mir dann für den letzten auf. Also für den eigentlichen Post. Oh, bin ich das wirklich da oben im Schaden? Oh, shit. Ah, jetzt kommt die Phase. Jetzt wird man hier zusammen gedengelt. Und wird hier so... Jetzt muss man hier irgendwie rauskommen, was macht. Huh. Weil die sind so in dem Kreis drin. Jetzt kann ich natürlich keinen Schaden machen. Jetzt werde ich natürlich von den Fernkämpfern überholt. Jetzt komme ich natürlich da nicht raus. Doch, komm raus. Uh, da darf ich nicht... Oder sollte man nicht reinkommen. Das kommt einem natürlich hinterher hier. Wo steht mir nur nicht mehr so schlecht? Jetzt, wo ich mich vorbereitet habe. Ich habe immer gedacht, ich bin als Gedäne-Elite oder so. Weil ich ja meistens nur tanke. Aber auch mit meinem... Vergelter-Gier von meinem Parler mache ich eigentlich relativ gut Schaden. Aber ein Parler ist jetzt eh nicht so der... übelste Idee. Den haben sie ein bisschen absichtlich, ein bisschen schwächer gehalten. Oh, 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 ich stehe schon wieder irgendwo drin da. Jetzt stehe ich natürlich doof. Oh, ne. Jetzt macht er das nochmal, ey. Jetzt machen wir zu langsam. Schnell raus. Okay, jetzt ist er down. Jetzt kommt der letzte Mob. Das ist jetzt der Eis-Typ. Oh, scheiße. Oh, da darf man nicht rein. Scheiße, Mann. Oh, hinten. Jetzt bin ich natürlich so reingepotet. Quasi. Oh, gelegt. Nein. Hm, bin schon wieder drin. Jetzt habe ich natürlich mal eine gute DBS verdödelt. Gerade immer bei 100-Ger gewesen. Jetzt bin ich ja 80 oder so. Scheiße, Sturm... Sturmzeug hier, ey. Wieso tankt der den da so nah dran? Der ist wieder so dumm. Weißt du, da kann man gar... Ich kann jetzt gar nicht da vorbei. Ich mache jetzt überhaupt keinen Schaden. Das ist so dämlich. Und ich kann mich kaum bewegen, weil... Weil ich in diesem Scheiß drin stehe. Das ist unmöglich. Ah, jetzt ist es weg. Das ist wieder ein Käse, ey. Doch die gute DBS-Zoll nicht gehalten. Und trotzdem muss es weiter. Jetzt muss ich wieder hier durchlaufen. Aber jetzt guckt hier überall den Scheiß. Eigentlich muss man den immer schön bewegen. Oder rausbewegen. Dass man da nicht durchlaufen muss, wenn man mal rum muss. Aber das interessiert den Tank ja nicht persönlich. Weil ein Problem. Scheiße, da ist ja wieder so ein Speer. Das sieht man auch so schlecht. Besonders mit meinen Einstellungen. Weil sonst wird es so längen, Leute. Das würde den mit dem Kopf abreißen. Das ist halt dumm, ne? Wenn man einmal vom Mob weg muss als Nahkämpfer, dann fällt die DPS so ein, weil... Jetzt mal hier kein Blut rum mehr drauf. Oh, scheiße. Jetzt stehe ich schon wieder in dem Scheiß. So, jetzt ist der dran. Aber scheiße, jetzt bin ich festgefrostet. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Das ist natürlich scheiße. Wenn die sich nicht wegbewegen, muss ich auf den Cooldown vom Shadow Step warten. Deshalb werde ich erstmal abwarten. Jetzt läuft's aus. Oh, Gott sei Dank, ey. So, jetzt mache ich mal meinen Cooldown hier an. Na komm, geh mal weg, ey. So, das läuft doch, Leute. Blutung ist truff. Das ist eigentlich jetzt nur noch dummes draufgeholze. Da muss man auf nichts mehr achten. Der macht halt immer sein Beben da mit der Hand. Da pumpe er manchmal auf den Boden. Jetzt wieder Bäm, Bäm, Bäm. Das ist natürlich, glaube ich, immer stärker oder so. Das ist so der Soft Enrage. Glaube ich jetzt mal. Keine Ahnung. Ich habe mir den Prof noch nicht so sonderlich auseinandergesetzt. Das ist die DPS von mir jetzt wieder total im Arsch, ey. Ich könnte schon langweilt vorne sein, aber nee. Ich musste ja da rumdödeln. Mit dem Wirbel und dem ganzen Kack. Da ticken natürlich die Gifte und ziehen den Scheiß runter, ey. Hä, was ist mit dir denn los, ey? So, die spotten da und. So, jetzt wird mir gerade irgendwas rausgelaufen. Nee, ist alles in Ordnung. Aber jetzt sind wir schon in der Tötungsphase. So, Gift, äh, Blutung drauf. Rrrr, können die sich nicht nebeneinander stellen? Nee, da stellen sie sich. Schö, einer hinter den und einer vor dem und dann wird immer hin und her gedötet. Wir müssen natürlich die Nahkämpfer immer hinter den Kuss rennen. Jetzt müssen wir uns mal langsam beeilen, hier. Das nächste Ding darf nicht durchkommen. Scheiße. Oh, das ist jetzt, das ist jetzt scheiße. Jetzt muss ich überleben. Okay, das schafft man noch. Das müsste man noch schaffen. Die Helle sind oben, oder? Kann das sein? Ja, da sind zwei. Du bist ziemlich am Arsch. So. Und wieder nur ein Beutel. Alter, war das knapp. Okay, ich weiß jetzt gar nicht. 80 KTPS? Schade. Zu wenig für meine Ansprüche, finde ich. Aber nun, ja. So. Ich verabschiede mich dann mal von euch. Jetzt werden Impa-Leute gehen und dann müssen wir irgendwelche gesucht werden, oder so. Also, freut euch dann mal auf den nächsten Part. Beim vorletzten Bus. Bei World of Okraft. Also, bis dann. Ciao.